Hallo, ich bin Bernadette LaHengst und ich bin eure bedingungslose Chorleiterin und werde euch jetzt zum gemeinsamen Grundeinsingen anleiten. I am your personal climate fairy and I came here to save the world with this melody. Alles totaler Quatsch. Ich habe so viele Lieder gesammelt in den letzten drei Jahren, dass ich manchmal gar nicht weiß, wohin mit dem ganzen Zeug. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, mein neues Album zu produzieren. Problem, Problem. Popmusik, wie ich sie mache, ist mittlerweile so wenig wert, dass es ein Luxus ist, alle drei Jahre ein neues Album rauszubringen. Aber ich will das nicht aufgeben. Jetzt kommen wir zu euch. Crowdfunding ist Straßenmusik 2.0. Damit kenne ich mich aus. Hoffnung, oh Hoffnung. Wenn ich sonst nichts anderes kriegen kann, will ich die Hoffnung, oh Hoffnung. Ich war viel zu jung und naiv und ich brauchte die Hoffnung, oh Hoffnung. Gib mir das Versprechen noch später und gib mir die Hoffnung, oh Hoffnung zurück. Und jetzt gefahren. Auf Liebe. Liebe. Glück. Glück. Erlösung von allem, was uns gefangen hält heute. Und jetzt ein richtiges Leben in einer verkehrten Welt. Oh, 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 gib mir Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung zurück. Die einen werden jetzt sagen, die soll sich doch eine richtige Arbeit suchen. Die anderen werden sagen, Kunst ist Arbeit. Und die dritten sagen, ist mir doch egal, was die mit dem Geld macht. Jede hat das Anrecht auf ein Grundeinkommen. Aber solange es noch kein Grundeinkommen gibt und solange wir noch mit Geld anstatt mit Zeit bezahlen, brauche ich dich. Werde meine persönliche Produzentin. Werde meine persönliche Crowdfunderin, Baby. Ich bin Jede. Du kannst duier mit den Bildern. Ich bin Jede, ich bin Jede. Ich bin Jede.